Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Martin, ist das deine erste große Wandertour? Oh ja. Ja, meine erste Wandertour. Lebst du schon lange hier draußen? Ich lebe hier seit... Ein Jahr, oder? Nein, ich lebe hier seit zehn Tagen. Verstehe. Würden Sie sagen, dass Sie Eheprobleme haben? Nein. Wir Männer, wir sind eben nicht geeignet für ein Zusammenleben. Bist du high? Ist er gewalttätig? Nein. Sie müssen bezahlen. Es ist nichts mysteriöses an Martin. Eine kraftvolle Ausstrahlung hast du. Einzigartig. Was macht er da? Weg von ihm! Leg den Bogen hin! Halt die Klappe! Was hat er denn da angeschaut? Ich weiß auch nicht, dass er entweder verrückt geworden ist... Ha! Ja! Oder er gehört zu einer Bande internationaler Drogenschmuggler. Packt eure Gummistiefel und geht auf die Suche. Martin! Halt! 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 Ich hab gerade ein wichtiges Meeting, weißt du. Halt! 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 Halt!